Das ist das, das sieben Tiendet teilt, von Jün Taulein und Palma Sola. Jo, mir ist das schwierig, wenn wir das dort wollen, dass ich diese Welt durchleben. Dann, wenn wir mal überdenken, was ist das alles, was ihr kostet? Zudem sie hat Angst von Sünden und von der Sklöwe, der Lustigkeitschaft hat sie festgenommen, sie hat sie in die Sache gebildet, sie hat sie in die Sache gebildet, sie hat sie die Darnenkrone auf dem Kopf gelegt, und sie hat sie mit den Rund abgeschlebt, sie hat sie verpatscht, sie hat sie eine Geugelgehe gelegt, und sie hat sie dort durch den Faden gespart, und sie hat sie, als es gestorben war, der sie abgezt. Also, was ist das alles zu uns? Und für mich, für mich meint das so viel, dass, dass sie am Hand in die Sache spielen und in die Sache schlägen, das ist, für mich, dass meine Augen haben nur Sinn gekickt. Und, dass sie am Hande deine Kronen auf den Kopf gelegt und du mit den Ruhn abgeschlägen und du hast es nicht gespeckt, dass das Blut von seinem Kopf ran deut, was leid uns dort? Ich leid uns dort, für mich, so viel, dass das Blut von seinem Kopf ran deut, damit sie meine Gedanken gewaschen, alle die Gedanken, die ich habe, sind nicht richtig gewaschen. Und, das nächste Punkt, dass sie am Hande so verschlägen, denn die Ruhn ganz blöd richtig schlägen, dass es Blut von seinem Ruhn abgeschlägt. Was leid uns dort? Mit dem Blut, was am S lein im Ruhn aufgeränt, das habe die große Sinn der Lose, was ich habe auf dem Ruhn gedreht, aufgewaschen. Und dann, die haben am den Nähl der Gehen geschlagen, dass am der Blut zu ist aufgeränt. Was leid uns dort? Ich leid mir dort, ich habe mit dem Blut, was am S lein im Ruhn geränt, meine Hähn gewaschen für den Sinn, was ich mit dem Ruhn gedreht habe. Ich habe die Hähn über den Sinn weggewaschen. Und dann noch ein Punkt, dass die Nähl der Gefeucht geschlagen hat. Was leid uns dort? Für mich bedeutet das so viel, dass ich mit dem Blut, was am S lein im Ruhn geränt habe, dass ich meine Feucht gewaschen, für das sie auf den Sinn weggegült haben. Nun habe ich den Ruhn gewaschen und reitgemerkt, dass sie auf den Schmallen weggegült haben, wo sie nicht geblieben sind. Und dann noch zum Schluss. Dann, als du hängst da in den Ruhn geräbt, es ist vollbracht. Naja, was habe ich dir gesagt? Das ist all der Vorher gemerkt. Wie können wir gleich noch vorgehen und an der Vergebung für unsere Sinn in den Ruhn? Und dann haben sie ihm die Siede abgespeckt und sagen, dass er auch verdäut ist. Und dann rand er dort das Blut in das Wut. Und was leid uns dort? Du haben mit half her ans Hort gewaschen, all das sind, all das Beis, was wir am Hort haben. Besonders ich. Half her mehr gewaschen, dort du alle rückgewaschen und die Wohnung reitgemerkt verarmt, dort heute können wir wohnen. Leiver Freund, wel, wie du ab irgendeinem denken? Wel, wie du ab irgendeinem mal überdenken? Wuscht du ich? Wuscht das du? Leiver Freund? Leiver Toharcher? Und am Schluss mache ich noch die in aller sein. Weil wir mal das erste, was das Schrafferns lehrt, den Ballchen und unsere eigene Jürgen reitragen. Und dann, wenn wir dort erst haben, dann wollen wir den Spieler und dem nächsten sind Jürgen reitragen. Und dann wollen wir uns sein. Aber auch gleich, wenn wir erst waren den Ballchen haben, und uns Jürgen reitragen, dann wollen wir und dann wollen wir auch die Arbeit und uns allerseits haben. Wir wollen auch keine Übersack haben, nach dem nächsten zu gucken, sein wird in den Sinne von Spälerstedt in der Anze schaffen. Ich glaube, wenn wir an anderen Ballchen schaffen dann, dort wird wo wir in der Arbeit fangen, besonders in der Bolivien und all der Ältesten in der Okaunen und in der Tauharcher und der Kolonien oder. Ja, mir auch noch ein bisschen nach zu sehen, dass ich hier von Durango, Mexiko bin. Ja, ich würde sagen, dass ich hier in Palma soll, dass die wurden los kann, dass die wurden los lassen, dass ich hier nicht reich, dass die 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 so viele Jahre waren waren, sind hier von Durango, Mexiko. Und ich sage, dass die Schule oder Arscherlich sind, die würden die sprechen und in der Hand fahren und dort unterschrieben, dass die Wohlen losgehen. Dort ist mein Wunsch. Ich habe das meine Erfahrung. Mein erstes Mann, den haben wir dort geschossen. Und in ein Jahr wieder, dann frag ich, frag ich, woher wir, dass von allgemein ich dann hier, wo wir wohnen, dann frag ich, woher wir dann, dann frag ich, woher wir, dann frag ich, woher wir, dann weiß ich, was jemand top-todd, hab ich nun was zu vergessen, dann frag ich das einmal los, und kann das mal los. Und dann sag ich, wenn ich mein Mann schon da geschossen hab, dann möchte ich ja nicht mehr in der Hal, und so würde ich auch wünschen, wenn die Jahre krank und die heute erschöspinsten sind. Wenn ich nicht auch noch los kann, dass die rüten können, und dass die frei sind und frei sind. Und ich sag ich, und als einmal nicht, dass wir die Reichen haben, wenn wir uns die Reichen haben. Und ich sagte, dass ich nur nicht reiche, dass sie so viele Jahre in dieser Geschichte oder wie immer ihr gehört, wenn das so ist. Wenn die Hände gesagt haben, dass es bloß nicht reiche, dass sie ausreichend sind und nicht mehr, wenn die Schulen sind. Ich dachte, dass sie nicht in der Vergangenheit sind und die Menschen in der Vergangenheit sind. Das ist noch einmal hier. Und dann noch einmal so. Ich hoffe, dass sie nicht in der Vergangenheit sein können. Wenn sie in der Vergangenheit sagen, dass sie nicht sein können. Ich habe bloß gehört, ob ich sage, wenn sie bloß können dort annehmen, wo die Schilder sind und sie in der Vergangenheit nehmen. Wenn sie bloß können dort annehmen, wo ich sage, wenn sie hier bloß können, ich sage, wenn sie bloß können, ich los sprengen und rütteln. Und das ist auch dort. Ich habe dort unterschrieben, dass sie nachher rütteln können. Und dass sie frei werden. Und ich sage, dass sie nicht in der Vergangenheit sind. Und so würde ich nicht durchführen, wenn sie schilder oder nicht schilder sind. Denn es ist einfach nicht reich, dass sie die Menschen so lange vorsehen. Besonders wenn sie auch schilder sind, wenn sie woanders gesagt haben. Und ich sage, dass sie das Ende da sein können. Und ich helfe besonders von denen und sage, dass sie die Menschen dort vorsehen. Ich nehme mich selbst fest an, wenn ich eine Stühle in der Stadt sein würde, ich würde in der Vergangenheit rütteln. Und ich kann nicht sagen, dass sie nicht nachher rütteln können. Aber was sie tun, ist, dass sie noch einen Tag rütteln können. Ich spreche immer, dass sie noch rütteln können. Und ich sage, dass sie noch eine Karte rütteln können. Und dann in der Vergangenheit rütteln können. Und dann in der Vergangenheit rütteln können. Und dann in der Vergangenheit rütteln können. Und ich denke so, wer will er nicht rechten? Dann wird uns gerecht werden. So, ja. Möcht Gott mit den Zähnen dort gehen. Ich meine, einmal waren weich schmieden, dass die waren so denken, die waren in den Arachen weich gut. Blief ab den Schmol weich. Proof ab den Schmol weich zu wollen. Und Jesus ist da und nach reit, uns zu vergeben und uns abzunehmen. Und wir dürfen noch gar nicht alles davon darüber reden. Denn Jesus allein kann uns vergeben. Das ist keiner. Jesus allein ist für uns die Sterben und die Stühlen. Jesus allein kann uns vergeben. Das ist keiner. Und die Älteste, die Predigt, die alle anderen, können uns nicht die Sinnen vergeben. Jesus allein kann uns den Äckern bis Mutter sprechen. Du und Paul und so. Gief nicht ab. Er kann nichts mehr sagen. Ich hoffe, dass ihr die Nachwarn nicht kennt. Ich mag gerne mit euch sein und direkt lesen, weil ihr euch vorstellt. Vielen Dank für das. Bleibt ihr nicht gut. Ich glaube, dass es reicht, was ihr gesagt hat, und auch was ihr getan hat. Ich hoffe, dass alle jungen hier noch auch getan haben. Sound it out and hide the heart. Sound it out and hide the heart.